Richtungswechsel Sprung also 8 oder in der Katze aber da ist also stand wie sich da keine Katze kräft dachte mir so hat der Punkt die Jahre dann gehen wir ja auch mal hier unten rein genau hier unten hinein um und da gehen wir tot weil er einfach Prozent prädestiniert dafür ist Sprint Level zu machen das kann ja behe der Döde ich muss gucken ich weiß nicht es kann gut sein das ist irgendwo natürlich hier zum Beispiel aber schon mal höher aber das war nicht der erste also noch mal gucken kann gut sein doch auch ganz am Anfang jetzt die Katze aber das ist nicht genau das was ich wollte wobei das ist nicht der erste das muss der erste sein ja das ist auch okay so wow Münzen klasse ach so natürlich ja halt nee ich glaube das ich weiß nicht ob ich den schon hatte ich glaube ja müsste ich aber eigentlich weil ich mein ich habe den hier unten nicht mein gott ich habe den hier unten nämlich nicht so kann man es auch machen so ist es so nicht ich weiß nicht warum er den angriff noch mal gemacht hat der war total sinnlos war ja auch also ich meine toll jetzt habe ich keine katze mehr nein na so geht's auch steht er muss ich noch mal was machen wo sie eine katze nehmen sonst bringt mir das nichts okay dann einmal bitte vollgas hier dann kann ich den angriff noch mal machen ach natürlich das bin ich dass man andere was gleich wie ich den gemacht habe ich glaube mit auch das haben wir erfolgreich beendet da hinten haben wir noch eine röhre die ich noch nicht aktiviert habe da gehen wir mal hin mal gucken wo es dahin geht hallo wo geht wo geht es denn hier hin ein leben ach da kann ich auf die welt gucken na das lohnt sich ja richtig meine güte boah so ein verstecktes boah secret unglaublich habe ich jetzt echt meine güte hätte ich das in letztendlich gezeigt das wäre ja echt ich hätte da etwas gefehlt hätte ich mir nicht verziehen so um jemand herrn herrn alter toll so okay so mal gucken was ist hier für power up weil ich kann es nehmen ist ja nicht so wild ich habe ja eh gerade keine zwei und power up ist immerhin immerhin ein power up so so sprung gegen fertig helfen wir Bienen Killer Bienen oh nein oh mein Gott oh Starman so mal ein bisschen rumpuffen hier im Puff nein die natürlich von okay also wo obwohl das war auch ich glaube das war gar nicht so schwer so Puff Mensch unglaublich oh hey was haben wir denn da unten bestimmt drei Münzen oder so ne will ich nicht man kann ja nicht wissen vielleicht ist da ja irgendwie was spannendes dran das sind was sinnvolles so hoppla na da bin ich hoch unglaublich ähm 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 so jetzt haben wir oben noch nichts auch noch Münzen 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 so tschüss so äh ich kann sie sammeln bringt mir aber auch nicht viel weil ich das Ding eh nicht einsammeln werde weil es ja nur eine Feuerblume ist so was ich werde sie einsammeln aber so das war auch irgendwie schon geplant ne dass ich hier von dem Ding getroffen werde also Ui so Fuh aber hier muss ich hin weil das ist die Minderstern aber er geht nicht hinunterfallen aber das war fuck. Okay, ich muss noch mal rein. Weil es war nämlich... Ups. Ah. Okay. Nee, falsch. Wihuuu. Schlecht. Nee. Egal. Also ich muss auf jeden Fall noch mal rein. Wegen dem anderen Stern. Der zweite Stern, der fehlt noch. Aber okay. Da rasche ich jetzt mal durch kurz. Ist ja nicht so... ...richtig nerviges Level. Wo denn überhaupt? Wo soll das denn nervig sein? So nervig finde ich das nicht. Ich meine, das ist einfach, aber nicht nervig. Nehmen wir diesmal an jemanden anderen. Und zwar... ...Tort. In Ordnung. Ja da 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 da. So. So. Tschüss. Ich mag euch nicht hier blöden. Oh mein Gott. Oh mein Holy. Ach ja. Halt, 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 halt. Halt, halt, halt. So. Na toll. Na toll. Trin. Nimm. Alter. Tott Hoh. Nur diesen Sternsaal. So. In die Richtung bitte. So. Ich glaube ich mach hier nach diesem Level... ...nicht nach diesem Level, nach dieser Welt, Schluss. Pause und überhaupt brauche ich nicht Tschüss Ja, okay Nochmal Das ist nicht so wild, ne? Das ist nicht so dolle Das ist nicht so wild Den nochmal So Hm 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 Woah, shit Falsche Richtung wider Gedreht Wieder zurückgedreht leider Wie geil nicht so wild so Ja, taucherst Baby, Duck, Duck... Scheiße Hm andere Richtung danke und dann wird das ganze natürlich jetzt noch mal irgendwie nicht aber runter und so so und ups Mist ich glaube ich weiß sogar wo das Ding sein könnte nämlich oder nee nee keine Ahnung gerade so geht das so jetzt kommen die leider Scheiße mein Gott warum springt er auf einmal daneben da kann man das mal hier und erklären das wir wissen denn wir die wir die 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 jeden Fall so wird wie kommen wir auf jeden Fall entgegen das ist natürlich ein das Vieh die Viecher hier Hilfe ich warte mal eben oder auch nicht egal wir haben das eh schon voll und ganz deswegen brauchen wir das nicht mehr haben wir das wunderbar 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 so ansonsten da oben haben wir noch irgendwas ich weiß nicht immer nicht davon aus es noch ein Level ist in den Todhaus wo ich noch rein könnte und hier bitte lass mich alles haben ja ich hab alles schön dann wäre ich hier mit Welt 3 beenden nur bei 1 13 das läuft das läuft ich weiß nicht genau ob ich kann hier werde ich auch alles haben ist ja glaube ich kein Level ne ja man hat gekriegt nur hat nur ein Stern und das war ähm dann kann ich ja eben auf die Karte gucken bis man sich auf die Karte aber auf das hier schauen wir mal eben hier alles alles und ebenfalls alles ich weiß aber noch nicht was diese was diese komischen Dings sein sollen hier die 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 bei der bei der Zeit was das sein soll 1 3 1 warum ist da bei der Zeit nichts wenn du es wisst schreibst du in die Comments wär cool man hier fehlt uns ja auch richtig viel gar nicht aber ich find eigentlich ganz schön dass man ähm wenn wir die wie wenn man die äh äh fahren hat das find ich eigentlich mal schön auch wenn die eigentlich die einfachsten sind wobei die anderen da musst du nur wissen wo die sind und dann da hin aber da muss man halt wirklich durchkommen sag ich mal mit einer Dings mit der mit der mit der mit der Katze muss durchkommen und wenn man keine Katze hat dann ist ein bisschen blöd da muss man immer zurückgehen und sich eine neue Katze holen und so und das ist dann ein bisschen doof wenn ich da und die anderen kann ich ohne Katze auch sammeln ja da machen wir als nächstes auf jeden Fall Welt 4 da fehlen uns ja nur zwei Sterne und zwei Stempel heißt wir müssen den Online müssen in die Burg noch mal okay das heißt wir müssen hier zwei Welten äh drei Welten machen dann in Welt 5 müssen wir 2 3 ebenfalls 3 Sterne 2 Stempel Welt 6 fehlt ein bisschen mehr auch paar Ziele fehlen uns da in der Bowser Schloss Welt fehlt uns ein bisschen was normalen Bowser in der Schloss Welt in der Bowser Welt gut 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 egal ich werde mich dann eben mal in Nachwelt 4 begeben da werden wir als nächstes weiter machen gut dann sagen das war Let's Play Super Mario 3D World für die Wii U natürlich ich hoffe wie immer dass euch gewandert und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Aufnahme wieder bis dahin sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch Vielen Dank.